Musik Tauchen Sie ein in ein Land voll atemberaubender Landschaften und entdecken Sie die wilde Schönheit und faszinierende Natur Oregons auf Ihrem nächsten Outdoor-Urlaub. Hallo und herzlich willkommen in Oregon. Mein Name ist Heiko und ich zeige Ihnen heute ein Land voll faszinierender Naturlandschaften und Outdoor-Spaß. Am Rande der Kaskadenbergkette gelegen ist Bend in Central Oregon Heimat des Sun River Resorts. Ein idealer Ort für eine Menge Spaß mit der ganzen Familie. Eine Runde Golf, wunderschöne Ausblicke auf die umliegenden Berge und vieles mehr. Stand-Up Paddleboarding ist hier auf dem Deschutes River besonders beliebt und bietet tolle Ausblicke auf die wunderschöne umliegende Natur Central Oregons. Wer mag, kann sich hier aber auch ein Kajak mieten oder zu einem aufregenden Wildwasser-Rafting-Trip in die weiten Oregons aufbrechen. Der Crater Lake Nationalpark rund um den tiefsten See der USA, den Kratersee, ist ein mystisch faszinierender Ort. Der See ist berühmt für seine ungewöhnlich tiefblaue Farbe und seine überragende Wasserqualität. Und eine Wanderung im Park steht ganz oben auf meiner Oregon Outdoor-Entdeckungsliste. Oregon ist ein Land voll wunderschöner Natur. Und hier im Smith Rock State Park mit seinen tiefen Canyons und grandiosen Ausblicken sollten Sie auf jeden Fall eine Zeit verweilen und die umliegende Natur auf einer Wanderung zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes erkunden. Wie wäre es mit einer Entdeckungsreise entlang der 584 Kilometer langen, malerisch schönen Küste Oregons? Egal, ob Sie sich zu den Strandgutsammlern in Newport gesellen, auf einer Whale-Watching-Tour migrierende Grauwale beobachten oder einfach nur im Surf Sand Resort in Cannon Beach ausspannen. Ihre Möglichkeiten für einen Traumurlaub sind unbegrenzt. Die weltoffene Hauptstadt Portland ist dabei ein idealer Ausgangsort, um die Vielfalt des ganzen Landes und die wilde und aufregende Natur Oregons zu entdecken. Schauen Sie doch auch mal vorbei. Tschüss!